Musik Ja, wir haben letztes Jahr verschiedene Länderaktionen durchgeführt. Einmal Bienenmann holt den Dschungel ins E-Center, eine kulinarische Reise durch Brenn-Ost. Zur Zeit fahren wir eine Aktion aus Metzger's Backstube. An der Wursttheke fahren wir zur Zeit eine Aktion Bella Italia, wo hochwertige Salami vorgestellt wird und hochwertiger Schinken. Wir machen alles selber bei uns im Hause, denn zu kaufen kann ja jeder. Wobei mein Lieblingsrezept unser Schweinerücken ist, auch ganz bekannt hier. Der ist gefüllt mit Wirsing und mit Frischkäse. Musik Ich bin seit 25 Jahren im Beruf und habe von Anfang an gelernt, dass der Kunde König ist. Und bei uns ist er wirklich noch König. Wir machen alles möglich, was geht. Musik 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 Vielen Dank.